Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer ersten Folge seit langem von Enderal, der Mod von Skyrim, die ziemlich geil ist und ich hab seit sehr langen Zeiten nicht mehr aufgenommen, seit einem Monat etwa. Aber, das liegt einfach daran, dass der Computer gesagt hat, nein. Und, ähm, mir ist mal eben die Wasserkühlung zum zweiten Mal kaputt gegangen. Das ist nur, ähm, na, die Wasserkühlung hat gesagt nein und, äh, bin ich kaputt gegangen. Achso, da oben ist ein Bär. Kaua. Hallo. Hey. Na? Nein. Super. Haha. Fängt ja super an. Naja. Auf jeden Fall hab ich jetzt ne neue Wasserkühlung. Die läuft um einiges besser. Kann ich jetzt einfach mal so sagen. Ich muss die Sachen mal was für euch stellen. Und, äh, ja. Läuft auf jeden Fall um einiges besser und schneller und so weiter. Aber man weiß ja nie, was mit dem noch passieren könnte. Hallo. Hallo. Und die hat mir nichts gegeben. Das fand ich nicht nett. Da oben ist der Bär. Ähm. Hast du noch nicht genug? Hast du noch nicht genug? Und die hat mir noch nicht genug? Ja. 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 Eigentlich. Kann ich die auch? Ja. Mein war ein großes Geweih. Mit dem großen Geweih machen weiß ich noch nicht. Achso. Genau. Wo laufen wir gerade hin? Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Warte mal Ich muss nach da oben Dann muss ich jetzt gleich rechts Hoch und Ah Wir sind also wieder falsch gelaufen Obwohl Ähm Ja Ich muss überlegen Ich darf vielleicht noch Ich muss nach da oben Ne, ich bin falsch gelaufen Aber Hier sind ein paar Leute Getüfelt worden Die haben eine Truhe dabei Die leer ist Da ist eine Bucke Da kann man drüber Also würde ich sagen Laufen wir mal weiter In die Richtung Und gucken mal Ob wir über die Brücke drüber kommen Irgendwie Irgendwie Hallo Das ist auch nur Ruhnpfeile dabei Warte mal Warte mal Ist das jetzt Ah Jasper Ich muss genau Da hoch Ich muss also über diese Brücke da Kann ich nicht hier Ah Du wartest schon an der Kreuzung Dann muss ich hier wahrscheinlich Ja guck mal Jetzt läufst du wieder mit Dann ist hier alles in Ordnung Weil hier waren wir doch schon Nebelheim Boah habe ich mich vor dem kleinen Ast erschreckt Kommt heran und leert die Becher Fünfzehnmal soll es geschehen Und wir fangen anzuzählen Einmal der Freude wegen Zweimal für das Vater Segen Dreimal für die Arme sehlen Denen die Ich muss ja jetzt hier rüber Da vorne ist die Brücke Nein Das ist gar keine Brücke Verdammt Wie komme ich denn jetzt da hoch Da komme ich da hoch Brüder Ich bin gerade hier dran vorbeigelaufen Mist Ich bin wieder komplett zurückgelaufen Dummheit Gehört aber auch jedem Möchtig ist irre nicht Genau das ist dran schuld Ach Wir sind von hier aus wieder zurückgelaufen Und nicht hier hoch Okay Also jetzt weiß ich wo ich schlank muss Mist Das war dumm von mir Ziemlich dumm Naja Passiert Dann werde ich doch noch an die 100 Folgen drankommen Ich bin ja jetzt schon in der Ne? Ich meine ich bin in der 92. Folge So da müssen wir hoch oder? Ja Aber dafür müssen wir außen rum Ähm Boah Jasper Wir haben eine gebratene Ratte Cool Ein Frostgestallsee entdeckt Schneefulltabirne Sag mal war ich nicht da schon? Ja Noch eine erschöpfte Seele Was darf sein? Aber immer doch Stimmt Ich war hier schon Bis bald Äh Fremdländer Ja Dann wieder raus Und wieder auf das Richtige Ne? So rum Ha Nächstes Mal laufe ich richtig Ha Hoffe ich mal Das ist nicht cool Bei diesem Glimmerstaub Mit Jasper sprechen Ja dann erzähl mir mal So Das ist er Der Kristallwald Irgendwie schön oder? Der Tempel ist nur noch ein kleines Stück von hier Das ist eine alte Sage Es heißt dieser Tempel Hat eine Art Bewusstsein Das soll auch der Grund Für die seltsame Vegetation Und den immerwährenden Winter hier sein Okay Gern Sieht schon Sieht schon Ziemlich Ziemlich Cool aus Also die Entwickler Haben sich Ordentlich Was Einfallen lassen Oh Hörlichter Ähm Ich wechsle mal meine Magie Und zwar Auf Wo war das? Ne? Leistender Funke Blitzschaden Mal 67 Und 49 Punkt Und der macht 41 Hm Wo ist denn mein Feuerelementar? Da Guck mal Mein Schlammelementar Stufel 10 Klammelementar Stufel 16 Okay